Oh, das ist ihr Freund. Um, Lizzie says it's cool if I'm here. You're just gonna let this sack of shit eat all my friendalos and tongue kiss your sister? I'm the one who bought those fucking friendalos and leave Twig alone. You know he has a barbed tongue and he's very sensitive about it. I can go. No, Twig. You're staying. Tell him he's staying. Look, he doesn't even love you. He's just after our house. It's our house. Exactly. Hey, Twig. You gotta be careful around Lizzie. She's just gonna hit it and quit it. Heartbreaker. I'll get out now while you're still in the green. And hey, you want a real lover? Talk to me. Don't you have a galaxy to fuck? Come on, tell them to leave. No, we'll just do that. So pissed at everyone. Aww. Not you, Twig. I love you, baby. Ah! Disgusting! Look at this! They're not even the same species! Do you know how many holes he has? And they're all really advanced level holes. You really gotta take my nephew instead. His holes are more your speed. Shut the hell up, Gene. I am sick of your shit. All you do is sit on our couch and mope about how sad your life is. You're a leech trying to eat all of our friendalos. And use the only family I have left to relive your glory days. Hey, your family's doing a great job. You know how hard it is to kill that many high-level bounties in such a short amount of time? I mean, it's not as fast as I could have done it, but, uh... I know they're doing a great job, and I'm proud of them. But I'm stuck here dealing with you all the time, and you're fucking pathetic! Tell him how pathetic he is. Um... All right, come on. Don't make it sound so sad. Look, I admit I wasn't in a good place when you found me, but I feel like I'm part of your family now. I'm basically your dad now. You too, Lizzy. I'm your dad. I'm just worried about you dating this weird freak who just wants to steal my couch away from me. You can call it your couch when you start paying rent. Until then, no complaining about who lives here. Lives here? He's gonna live here? I mean, if you think we're ready, Tweak. Oh, yeah, sure. Hey, shut up, Tweak. This isn't about you. Why? Because you're worried you'll have to share a cushion? No! Because I... Because I'm concerned. You barely know this guy. And it's dangerous out there for humans. Oh, that's rich. And condescending. I am not an idiot. I know what I'm doing. You're cool with Tweak moving in, right? Woah. Woah, soll ich den wirklich einziehen lassen? Also, ich weiß ja nicht. Ja, von mir aus, komm. Good. Like, I needed your approval anyway. This is a mistake. Oh, that's enough of this. Tweak, let's go to the park. To, to, to kiss? Yeah. Anybody got a fucking problem with that? Yes. Sorry, I said anything. Let's just get back to the bounty hunting. Can't wait to show you those new commercials. You're dead my love and something in there. Love you too long, goodbye. Da kann ich hin. Hi. Hi, Jill. How are you? Fine, thank you. Hmhm. Kann ich trotzdem verfolgen. Oh, was ist da denn los? Die Trommel hab ich dem gekauft, ne? Everybody, that's Globo Bogo on the drums. Holy shit, he's got a crowd. We did this. Guys, look at him, he's rocking out. Yeah, he's really something. You know, this is all thanks to you. You know, and the time you took to get him that drum. God bless you. Oh, bitte. Keep it up, Globo. Hm. Ja, aber die Schwester ist weg. Ich wüsste nicht, dass da ein Park ist. Oder sind die hier irgendwo? Okay, 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 das letzte war ein TV-Show, aber das war, ich bin jetzt der Mann. Ich bin jetzt der Mann. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, okay, das ist nicht eine gute Idee. Die sehen aus wie die kleinen Arbeiter von den Fraggles, falls ihr die noch kennt. Fraggles, das sind wir. Tonnenweise Dosenbier. Oh. Oh. Das ist irgendwo ein Eingang für die kleinen Viechers. Ah. Da geht's nicht weiter. Auf dem Boden? Irgendwie ein Loch versteckt oder so. Naja, ne? Okay, du kannst weg. Bye, bye. I'm done. Bye. Next time. Come, look at me. Ah! This month the Grizzly Felsons joke hole. Zubols! What's the deal? Huh. Hier, hier. Vielleicht. Ja. Hohoho. Oh, eine goldene sogar. Gegenstand erhalten. Postpartale Psychosteigerung. Dies fügt dem abgefuckten Gehirn von Creature ein paar Falten hinzu. Ach so. Ah, ja. Okay. Muss man die... Muss man die gar nicht kaufen. Die ganzen Sachen. Okay. Was machst du an meinem Haus, Digga? Hey! 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 You didn't see nothing. I'll be straight with you. I'm Gary the Poisoner, but don't you dare say shit. Maybe you heard of me. I'm poisoning all the water in Blim City. Do not believe the mainstream media. What I'm doing is very important. You might not understand it now. You might not understand what I'm doing, but down the road? This is all gonna make sense to you. This is all gonna come together. I am doing this town a great service by poisoning all the water. So don't fucking say a word. You better keep that jack shut. Geez, you are just not leaving me alone. Okay, okay, yeah. You got me. I'm Gary the Poisoner. I'm poisoning the water. You must love that. You must want in. You must want in on this. Okay, so here's what you gotta do. You gotta... You gotta go to the... Find the door to the sewers. Enter this passcode. 72994. You type that code in and you go down into the sewers. And then you'll see my drop bag. That's full of poison. And then you're gonna... 72994. Wo hier oder wat? Da ist gar keine Tür. Der hat mich veräppelt. Verkackeiert. You'll see my drop bag that's full of poison. And then you're gonna go ahead and climb out of the sewers. I know that seems counterintuitive. And then you're gonna go to the water plant. And then once you're in the water plant, you're gonna go down into the sewers again there. And you're gonna start pouring my poison into the water. You're gonna be one of my 30 agents that is now dispersed across Blim City poisoning the water supply. I've got agents everywhere. This is a whole network. And again, what we're doing is so important. Do not fucking say a word about... How's the Michael Show going? I hate you. What? I hate this. I'm in the bathroom. Have you started being and pooping on camera? Yes. Well, the show's going great, buddy. Why would people... People love this. People love you so much. We must have here a code to give. No. Okay. 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 Hey, Michael. Whatever you're doing, it's working, baby. The ratings, they shooting up. They're skyrocketing. Whatever you're doing, do that. What do you do? I have all started working right now. soweit alles gesehen würde ich mal behaupten der michael show every friday on jerk it channel channel next time on the michael show the whole city is jerking off your show buddy let's go ok come betrete dein haus da bin ich welten erforschen und der nächste kopfgeldjagd ja dann gehen wir direkt weiter ja da sind wir jetzt gerade raus hatten wir ja auch eben gezockt war ganz gut tatsächlich wolltest du jetzt äh mitspielen war thunder oder was we need this klug send over the details on an extremely power und ja nächstes mal ich mach jeden sonntag mach ich so community streams ne wo ich einfach mit jedem irgendwas zock da machen wir auf jeden fall dann nochmal war thunder gar kein problem ja tatsächlich ist für den nächsten sonntag noch keiner auf der liste ski jackson der eigentlich spielen wollte der hat anscheinend ein fußballspiel muss ich nur mal abklären und dann schauen wir mal was wir dann machen ah ja siehst du mal an das hätte sich ja gar nicht gelohnt oh hier detektiv modus habe ich jetzt was neues ich suche in blim city nach einer spur ist das hier blim city ich bin gar nicht ich bin mir gar nicht sicher sprich mitbewohnern von blim ja anscheinend soo wir mal gucken wo ist dr giblets was hast du gestern abend gemacht so fangen wir mal an oder warum siehst du so nervös aus wo ist dr giblets oder bist du dr giblets oder bist du dr giblets ok der war es nicht bin ja noch unterwegs was bist du eigentlich für einer hast du irgendwelche verbindungen zur g3 was meine whole deal was meine was mein was mein was mein meis jack e t pupitton and what i do is tell you Okay, eher ist es auch nicht. Hmm, das sieht ein bisschen sass aus. Wir müssen Dr. Giblitz finden. Aha. Würdest du eine Bestimmung annehmen? Was hast du gestern Abend gemacht? Weißt du etwas über die G3? Gut. Wir müssen mit Borto sprechen. Wer ist Borto? Da. Ja. Bist du Borto? Ja. Tatsächlich. Borto. Hi Borto. Wir suchen Dr. Giblitz. Kannst du dir helfen? Woah, woah, woah. Wo ist das Name? Du kannst einfach nur fragen, ob du einen Mann so wie das hast. Oh, haben wir etwas falsch gemacht? Sorry, sollen wir nicht über Dr. Giblitz fragen? Ich weiß nicht, warum du denkst, ich weiß nichts über Dr. Giblitz? Ich weiß nichts. Jetzt mach etwas und ich mach es, Buster. Mal sehen, was zum Verkauf steht. Ah, Michael Taint sagte, du wüsstest etwas. Ah, das Stück von Scheiße! Ich werde ihn töten! Ah, schau. Wenn du wirklich Probleme möchtest, vielleicht schau dir die neue High On Life-Story in den Slums. Der Hyperbong 6 Midnight Launch ist heute Nacht. Aber du solltest dich jetzt in die Nacht sein können. Nur nicht nennen meinen Namen. Ich habe nichts gesagt. Jetzt komm raus! Wenn jemand mich hier spricht, dann bin ich tot! Entstanden, Sir. Ja, Sir. Born, dead. Okay, ab in die Slums. Wow, great sleuthing detectives! Das war ein S-Rank interrogation! So, Slums waren hier, ne? So, schau wir mal. Ah, ne Knarre. Ne, bringt nichts. Okay. Okay. Hm? Hm. Hm. Na ja. Dann kommen wir nicht um Torg-Gang. Oder um die Torg-Gang. Ja, dann brauchen wir uns gar nicht quatschen. Hey! 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 Oder? He? Ja. Ja. Ehen! Alter. Was bist du für eine? Junge. Das ist rund. So die Moonen, ey. Brauchen nur mehr. Oh, klar. Äh, Malta. Oh, wiederum. Komisches Vieh. Weg. Oh. Oh. Alter. weg noch jemand da muss man wo genau müssen wir hin darüber sehr gut das reicht nicht darüber ok kiste gewesen treibstoff und los damit so wohin dahin die kiste scharfschütze 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 Sehr schön Oh einer Frage weg Alter Wo sind die Scharfschütze Da irgendwo ne Ich höre doch Da Wir müssen Da hoch Okay Da 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 Mhm Okay Ah Muss ich hier Oh hier war das Kuh ne Genau Oh Wo immer der jetzt hin ist Hä Muss ich da hoch Warte mal Scharfschütze entdeckt Oh ne Kiste Oh 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 I wish you could see how dead we just made we found ourselves outside the high on life und jetzt und zeigte mir nix an darunter weiter hoch geht's nicht ich bin ein großer Hyperbong fan, ich liebe die Hyperbong ich habe 20 von ihnen, und ich werde 20 mehr kaufen, und ich werde 20 mehr kaufen,信 mir ich Hyperbong Willkommen in High On Life Store No. 7923 Your local Hyperbong Superstore Please, no traveling of other patrons during the midnight launch Okay, bong Well, 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 I smell another mystery I'm Sudo, by the way, you know Hi Sudo, I'm a detective now Yeah, you already know what I'm gonna say Try interrogating all the employees here Well, that's a great idea You're an even better detective than me Hello, and welcome to High On Life How can High On Life help you today? Hat dieser Laden etwas mit der G3 zu tun? Was verkaufst du hier? Ist das illegal? Warum hast du einen Laden in den Slums gebaut? Okay, warum? We actually prefer not to call it the Slums This is an exciting new up and coming part of town that we hope will attract a youthful new demographic ready to spend their hard earned money on quality products Speaking of which, can I interest you in a Hyperbong 6? Illegal? No, 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 not in any real sense You must be reading some of our detractors on the internet Or watching too many Klug-Nugman speeches Hyperbongs are totally humane And of no harm to anybody Except the creatures you smoke in them High On Life employees are not authorized to admit that we have ties to the criminal organization known as the G3 But can I offer you membership in our High On Life care program? Moment Grab mal die Kategorie ändern So Zack Mal gucken, was er verkauft Great question Thanks so much for your interest We sell Hyperbongs and Hyperbong accessories The latest model, the Hyperbong 6, is even capable of smoking humans That's right The hot new species you've been hearing about High On Life Hyperbongs are the only way to get that fixed Woo, these are some tough nuts to crack Don't lose motivation, you're doing great But you do get a D-ranking, because that one sucked Jo, my god Drei Augen Du bist halt der Manager hier That's right, it's a big day I didn't think there'd be this many people lining up to buy Hyperbongs Probably a bad sign for our city Magst du Hyperbongs? Huh? No I think they're probably bad for society overall You know, I mean I don't have a problem with drugs in general But Hyperbongs are like The drugs are living creatures And they die And that seems a little fucked up, right? But hey I'm the manager at the store that sells Hyperbongs I probably shouldn't be saying stuff like that It's hypocritical, it's weird I don't know, I'm just here I'm just here Coneheads Hihi Wo können wir Dr. Giblets finden? Oh man, this again Look man I just work here I don't know anything about the store Who built it I'm kind of a fuck up I lied on my resume I got this manager gig I never even met Dr. Giblets I don't know what he looks like I couldn't even point him out in the crowd Slow down there, slick You're saying you know Dr. Giblets? Yeah, yeah, sure I do He owns this place He never comes around though I don't really know where he is Erzähl uns, wo Dr. Giblets is What? I told you I have no idea where he is And you're being really aggressive Leave me alone It's super fucking busy right now And you're distracting the hell out of me Okay, shit, not so good Looks like we've hit a dead end So let's get the fuck out of here Trotzdem fand ich's doch gar nicht Das ist so verkehrt So Den schnappen wir uns So Was wählen wir aus? Weißt du was über Dr. Giblets Haben die Torx den Bau dieses Ladens genehmigt? Das war die Gang, die war Also die ich Am Anfang des Spiels da Hops genommen hab Hat dieser Laden irgendwelche Verbindungen zur G3? Was ist eine Hyperbong? Fangen wir mal gemütlich an So, haben die Torx den Bau dieses Ladens genehmigt? So, weißt du was über Dr. Giblets? Oder hat dieser Laden irgendwelche Verbindungen zur G3? Wir gehen direkt auf Giblets Hm Okay Ist ja noch ein Mitarbeiter Hat sich noch einer versteckt Geiler Bart Ja, ich kann ein persönlicher, Highland-Live Professioneller heute Ähm Das macht Sinn, oder? Ist das okay? Ich bin neu hier Achso Achso Kehre nach Hause zurück und triff dich mit Jean Hm Hab ich gar nicht gesehen Äh Irgendwas interessantes hier noch Nö, komm Dann Gehen wir wieder Hey Oder auch nicht Die Augen von der Waffe Warte mal Mal da rüber Mal da rüber Okay Oh Oh Ein Mord Oh Ein Mord Ein Mord Oh Oh Cool Magnetstiefel Viele Leute denken Dass Mac Stiefel Die Abkürzung für Magnetstiefel sei Weil sie Magnete Hm Weil sie Ah Das habt ihr gar nicht gesehen Ich hab grad eine Trophäe angezeigt gekriegt Das erste Mal, dass ich eine Trophäe am PC sehe Aber ja Äh Nun diese Leute haben Recht Genau dafür steht es Kein Kniff oder sonst was Herzlichen Glückwunsch an die klugen Leute Die wussten wofür die Abkürzung steht Okay Magnetische Wände Oh cool Oh cool Geil wie Das Magnetfeld Die Das HOD beeinflusst Ne Die Magnetische Störung Halt 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 Anroberfung Thanks for deciding to bring me back out Hat geklappt Nachwerben Hey wo ist ein Fisch Da Besser Besser Okay Weiter Scharfschutz entdeckt Oh Cool Tatsächlich getroffen Oh 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 Bring it on you piece of shit Andere hin Da war da noch einer Kiste Kiste Und weiter Kommen wir hier wieder zurück Schaffen wir das Ahja das ist eine Magnetwand Brauch ich nicht Schnickschnack Oh 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 Die schießen Die schießen Da ist noch einer Ja Ah Wie ein Kackding da Oh Erwischt Sehr gut Wie So Hier zu noch gucken wir da wieder zurück kommen Wo Gegner sind, kann das nur der richtige Weg sein. Doch hier, genau, da sind wir richtig. Sehr schön. So. Ah, im Schweben klappt der drin nicht so. Das war cool. Hier sieht es immer schlimmer aus. Okay. Okay. Irgendwie traue ich den nicht. Sprich mit den Anzügen. Und wer seid ihr zwei? Wer hat dich hergeschickt? Okay, wer seid ihr? Wir repräsentieren Magistrat Klug Nugman. Vielleicht hast du ihn gehört. Er hat sicherlich von dir gehört. Sagt mir jetzt so gar nichts, aber... Ja, wir sind mit ihm befreundet. Ohne Scheiß, er hat uns geholfen. Okay. Okay. Klug will ihn spüren. Pronto. Er sagt, du bist der richtige Bounty Hunter für den Job. Er sagt, du hast ihn schon geholfen. Er sagt, der G3 ist unser gemeinsame Enem. Wir haben einen Lied auf Dr. Giblitz. Er hat sich alles überrascht, hinter einem schönen kleinen Walktrail für uns. oder Dosenkissen mal angepasst. Du willst, dass wir ihn töten? Wir hatten bereits geplant, ihn zu töten. Ah, wir gehen auf... Links. Ja, check out Dale Earnhardt Jr. Let's say somebody dies. Maybe hypothetically... Their name is Dr. Giblitz. Well, should anything like that happen? We had nothing to do with it. We didn't even mention it. This conversation never happened. And Klug will be very grateful. Speaking of which... Why don't you follow us? Klug wants to speak in person. We get to meet a famous guy? Hmm... Sollen wir da mal hinterher gehen, huh? So? You're gonna step through the portal door and go see Klug or what? So... Mikro war grad ein bisschen leise. Okay. Hinterher. Ach, war er das? Ja, real probes. Hello! Sorry about those two. They can be a bit intense. Really, I don't know why they talk like that. But look, you've seriously done so much for me. I hate to ask for anything else, but this election is really close. And, well, keeping the G3 out of blim, it's really gonna help me lock this in. Do you think you could, you know, deal with Dr. Giblets? Oh, that's a good idea! I think we were already gonna do that. But then we hit a dead end. A dead end? Oh no, we can't have that. Let me just leave this map data right here on my desk. Not sure what might be on it. You're being hard to understand. Just tell us where Dr. Giblets is. Whoa, whoa. Even if this map data did take you to Dr. Giblets, we're not 100% sure it would be his actual base. You'll still need to do some detective work. Fuck yeah! Fuck yeah! Hey, hey, hey! I can't officially tell you to do that. Not if I want to win this next election at least. Good luck out there, bounty hunter! Wow! Look! That's gonna be helpful! Thank you! Cool. What's this? What did we just pick up? Oh, right. Sorry. The map data to get to Dr. Giblets forgot. I'm on the same page now. Okay. Aufs See 4. Ich hab'n bisschen Nackenschmerzen. Ich hab'n bisschen Nackenschmerzen. Machen wir. Verwende die Portale, Registerkarte des Bounty 5000, um bereits besuchte Welt zu erkunden. See 4. Wir müssen aufs See 4. Ja, ja. Wollen wir ja. See 4. Paradise. Ich nehme an, hier hin. So. Und los geht's. Ja. 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 und die können gar nicht gegen den er war schnell alter ja wer war es noch wie war das trotzdem erledigt ach das ist das allererste level so eine kiste oder so okay dann weiter ja ja wenn ich so brauche oh das nicht alter drei stücke der an sich hängen wie ich dir Jelanta, vielen Dank für deinen Raid, vielen, vielen Dank. Wie geht's? Das ist ja geil. Schönen guten Abend. Was habt ihr so getrieben? Warte mal. Mario Kart. Sehr cool, sehr cool. Ah, da ist einer. Scharfschütze. Sei der gut durchgekommen, hat alles geklappt. Kann ja schon anstrengend sein, ne, so ein Mario Kart. Uh, ich lade nach. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir da hin? Jawoll. Hallihallo Jelanta. Oh, Scharfschütze. Warum? Da habt ihr Mario Kart gezockt. Sehr cool. Ich glaube, ich habe das allererste damals gezockt. Auf dem alten NES noch. Und seitdem, ne, gar nicht wahr. Ich hab letztens, äh, war ich bei jemand und hab dann tatsächlich, äh, auf der Switch irgendeins gezockt. Keine Ahnung. Weiß gar nicht wer. Wow, wow, wow. Zack. Alter, das Viecher. Oh, sehr schön. Die will ich. Zack. Die halten ganz schön was aus hier mit der Rüstung. Mann, lieber Mann. Mann. Warte mal, da müssen wir irgendwo ein Loch finden. Da müssen wir irgendwo... Ah, hier an der Seite. Ist das Teil? Okay. Da müssen... Oh nein, nein! Idiot! Ah. Du ist Paddel. So, warte mal. Müssen wir da rein... Müssen wir da rein kriegen? Jawoll. Ich glaube, da ist einer rein. Hat er aufgemacht? Jawoll. Sehr schön. Was ist das denn? Okay. So. Gegenstand erhalten. Gebärmutterkammer. Mit einer zusätzlichen Gebärmutterkammer kann Creature mehr Kinder... Also Creature ist die Waffe da. Mehr Kinder gleichzeitig am Leben erhalten. Jede Gebärmutterkammer bedeutet ein weiteres kleines blaues Kind, das für dich an der Front kämpft. Na siehste. Klammer nachladen hier. Sehr schön, sehr schön. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Okay. Oh, das sieht jetzt gar nicht mal so gut aus. Müssen wir mal gucken, wie wir da rüberkommen. Da, 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 da. Okay. Vielleicht hier irgendwo. Ist das magnetisch da? Ich habe ja magnetische Schuhe. Warte mal. Ja, ich glaube schon. Jawoll. Sehr schön. Zack. Und schweben. Oh, Glücksbärchi. Ich habe nicht so viel Glück gehabt. Den hat es zerrissen. Das kann nur eine Sache sein. Ich bin nicht sicher, was aber... Oh Gott. Oh Gott, ich stehe schnell. Bitte, bitte bleib mit mir, während ich sterbe. Ich will nicht alleine sein. Ich will nicht alleine sein. Haben sie noch eine Chance zur Überleben? Wer soll das sagen? Kein Weg zu wissen. Nicht nur mit all dem Blut und halb dem Körper verloren. Wir gehen nicht hin, bis es vorbei war. Nein, nein. Es ist mein Zeit, um zu gehen. Oh, danke dir, dass du mit mir bleiben kannst. Kennt ihr das Spiel? Oder habt ihr schon mal davon gehört? Okay. Das ist von den Machern von Rick & Morty. Ziemlich abgefahren. Ziemlich durch. Ziemlich. Ted ist tot. Ist das die Blutspur? Ah ja. Er lebt noch. Quasi. Alter. Ist er jetzt tot? Jetzt ist er tot, ja. So, halt. Wo muss man hin? Da müssen wir rein. Dann los. Was sieht? Mhm. Oh, hier. Zerstörte Drohne. Das Wack einer von schweren Waffen zerstörten Drohne. Ich glaube, wir sind richtig. Da. Noch irgendein Hinweis. Okay. Sieht auch übel aus, tatsächlich. Die Tür ist zu. Nichts versteckt. Okay. Folgen wir mal der Blutspur. Dunkel hier, ne? Hä? Heck. Die Tür? Jawoll. Weiter geht's. Was hier denn? Hä? Oh, shit. Sorry. Wrong bit, wrong bit. I mean, how do they're detectives? Ooh, this looks like the lab, where Dr. Giblets did his experiments. There's gotta be something out for in here. Let's get to scan. Was he doing experiments on his own henchmen? Jesus Christ, that's fucked up, right? Yeah, that's fucked up. I know it's fucked up. I don't know why I asked. I knew it was fucked up. Ja, fucked up. Dr. Giblets must have been losing his mind. So, was finden wir noch? Können wir einen Bonk ziehen? Naja, ne? Hm. Also, das hier sind Bonks, ne? Diese Aliens rauchen am liebsten Menschen in Bonks. Hehe. Aber hin und wieder auch ein paar andere Figuren. Andere Aliens. Boah, ich hänge. Okay, die stellen die Teile her für, also die Hyperbongs für High on Life. Das ist der Bonladen, ne? Wo die Bonks verkauft werden. Die hier. Da müssen wir schon mal ein bisschen mehr. Was hab ich denn jetzt übersehen? Wir waren doch jetzt überall in dem Raum, ne? Eigentlich. Da geht's nicht weiter. Ne. Okay. War hier noch was? Nö. Okay. Irgendwas haben wir übersehen. Irgendwas haben wir übersehen. Aber was? Hier vielleicht? Naja. Gibt's doch noch mehr Türen. Ah, da vorne war doch noch eine Tür. Wie weit ist sie jetzt offen? Wir können hier nochmal kurz gucken. Ne. Gehen wir nochmal da hin. Ne, hier war das nicht. Ha. Gibt's eigentlich kein Licht? Stellweise ganz schön dunkel, ne? Warte mal. Da ist nichts sonst. Naja. Ich hab doch nichts übersehen. Wir waren doch jetzt hier überall. Muss ich nochmal dingsen hier? Ah. Die Luken. Ah. Die Luken. Eine Sammlung verschiedener organischer Köpfe für G3-Donen. Äh, äh, Tonen. Das ist eine sehr hilfreich. Ich denke, es ist gut. Es ist cool, dass es sich auf den Drone-Headen sieht. Danke für mich das zeigen. Okay. All right, hier ist meine neue Theorie. Dr. Giblets war noch mehr Verrückter als wir noch einmal vorstellen. Er war torturiert seinen eigenen Henchmen. Er war nicht richtig in der Hände. Although, ich glaube, das ist auch was Douglas. So, vielleicht ist das normal für den G3. Vielleicht war er normal. Keine Chance, wenn wir noch mehr weitergehen. Ich gehe in der nächste Tür. Ah, hier. Da geht's weiter. Forschungspokale, zweiter Platz. An Dr. Giblets vergebene schwammige Preise für den zweiten Platz in Forschung. Also, Dr. Giblets hastig gekritzeltes Graffiti, das eine gewisse Paranoie erahnen lässt. Und, du wißt, er war richtig. Das ist genau das, was wir hier tun haben. Also, okay, er war richtig. Nicht verrückt. Ein normaler Typ. Und? Ein Gatleon ist in da? Oh, nein. Sie sahen wie Scheiße. Aha! So, das ist unsere Verrückung. Dr. Giblets muss die Gatleon benutzt, um den Gatleon zu attacken. Es ist ziemlich stark. Es hat viele Schmerzen gemacht. Es wäre toll, wenn wir das Gatleon für uns selbst bekommen. Du denkst, das wird passieren? Wer weiß. Wir wissen, wir finden. Okay. Hey, ich glaube, dass wir endlich das Gatleon kaputt haben. Dr. Giblets war wirklich verrückt. Er war Paranoid, dass jemand hinter ihm war, also er hat seine eigenen Männern. Während du deine Zeit verbringst du mit dem Detektiv arbeiten, war ich beschäftigt mit dem Detektiv für Dr. Giblets und verbringst das Passwort auf seine Sicherheitssysteme. Jetzt kannst du einfach den Wegpunkt direkt zu ihm. Also, du hast unsere Zeit verbringst, Sudo? Cool. Bossfight. Oh, ich habe gehofft, du machst hier noch auf, Digga. So. Ähm. Wollen wir mal eine Waffe auswählen? Hallo. Fangen wir mit ihr an. Hier sieht es aber übel aus, ne? Da hat jemand ganz schön gewütet. Da ist er. Was bist du denn für einer? Oh. Das ging schnell. Ich glaube, Dr. Giblets ging und hat sich für uns töten. Das war antichlimatisch. Jesus Christus, das war der einfachste. Alles klar, lass mich ihn an. Holen wir uns die DNA. Zack. Schnipp, schnapp. Dr. Giblets Status Report? No life sentence detected. Entfernt full security lockdown. Oh oh. Geile Map. Ja sicher. Und runterfallen? Cool. Das ist eine geile Map. Für so Deathmatch. Und runterfallen? Oh. Schreck mich doch nicht so. Fange ich an zu schießen. Oh. Komm. Oh. Komm. Oh. Komm. 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 Moin Grottomulch. Na, alles gut? Lange nicht mehr gesehen. Boah. Wie ist denn los? Weg. Ja, bei mir auch soweit. Bei mir auch soweit. Alles in Ordnung. Haben vorhin ein bisschen War Thunder gezackt. Sonntags ist jetzt neu Community Stream. Immer mit irgendjemand zusammen. Und ja, jetzt noch ein bisschen high und live für auf die Nacht. Wo läuft's bei dir mit Last of Us Part 2? Oh. 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 Da gibt's was? Könnte sein, ne? Oh. 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 Scharfschütze. Oh. 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 was ist das denn die wischen das 1 hatte ich da war ich so gehypt auf das damals und auch ein bisschen gezockt war ganz cool aber irgendwann ich bin nicht so der multiplayer mensch wie ist das mit heartland wird es auch wieder so wie die ersten beiden oder ist es wieder ein spezieller ableger ich habe vorhin überlegt assassin's creed walhalla das habe ich auch schon eine weile da liegen aber habs noch nicht gezockt was 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 macht das ding ja das sagt jeder das wollen alle nicht so gut war aber ich muss es doch das ist vielerlei gründe geiler headshot vielleicht sollte ich doch da oben bleiben was was ich schätze mal einfach überleben was 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 kann was jetzt doch nicht das war ja komme ich hier denn weg ich dachte es wäre magnetisch von innen sind wir wieder hier vielleicht können wir jetzt oh warte jetzt offen, oh tatsächlich neue waffe okay dann müssen wir den let's do it müssen wir den zurück bringen reparieren lassen ich wollte sagen, heute hat es wirklich viel für mich und das ist so schwer ich kann doch nichts flicken rein da ab nach hause ja ja was alter ich häng was denn jetzt was denn jetzt oh es geht nicht weiter ich bin wohl im gespräch aber kriegst gespräch nicht angezeigt verdammt warte mal warte mal warte mal wow 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 yippie ja sieht eigentlich ziemlich tot aus do you think do you think he's salvageable buddy i'm not gonna promise you i can save him that would be irresponsible of me you would be careless to toy with your emotions like that but yes i can definitely fix it okay thanks gene okay hat bestimmt mit Liz zu tun seiner schwester oder unserer 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 Schwester Vielen Dank.